Ja und damit herzlich willkommen zurück zu der Invincible. Ja, in der letzten Episode haben wir ja bei diesem ziemlich geilen Ausblick geendet. Das sieht einfach immer noch richtig schön aus. Okay, wir sollen das Lager erreichen. Wir sind von da oben gekommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Hm, vielleicht finden wir hier ja noch was Gutes. Ich würde gerne da hinten auch mal runter sehen. Ja, ja, ich laufe nicht zu schnell mit dir. Wahnsinn. Oh. Ja, wieder so ein Ding. Willst du noch weiter ran? Helf-Frage. I guess. Hm, sollten wir? Aber ich würde da schon irgendwie gerne entlang gehen. Auch wenn es länger dauert. Ja. Unsere Laufkündigkeit. Ich möchte da gerne nach unten. Was möchte ich das Spiel überhaupt runter? Naja, sieht nicht so aus. Oh. Müll. Und? Ja, Zigaretten. Hm. Ich habe einen Cigaretten-Bud und ein Pack. Jemand war es hier. Also? Sie haben keine Ahnung über die Regulatungen. Weil es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns nicht auf den anderen stellen. Die Mission und die Sicherheit unserer Menschen haben die größte Priorität, immer. Immer? Sind wir wirklich so selbstverständlich? Natürlich, Dr. Wir müssen uns die wichtigsten für uns selbst. Und sie müssen die wichtigsten für sie selbst, whoever sie werden. In der Endeffekt, die stärksten überleben. Ist das wie die Evolution funktioniert? Nicht in einem biologischen Sinne, Astrogator. Entschuldige meine Interruption, Herr. Können Sie bitte auf der richtigen Route confirmieren? Ja, ich kann confirmieren. Diese Zeit wird im Camp in einer Stunde erreichen. Also, Dr. Die Interferenz ist am Herzen der menschlichen Natur. Ein Mensch wäre trotzdem ein Mönch, wenn er nur an Trennen schaut, anstatt sie runter. Ja. Wir haben eine nasty Natur. Das ist wohl wahr. Ich gehe mal davon aus, hier lang. Und auf die Karte gucken. Es ist gar nicht so groß, wie es hier aussieht. Okay. Da sind die Büsche schon wieder. Das war dann wohl das erste Mal, als wir das gesehen haben. Um. Um. Es sind die Pflanzen. Es geht aber auch nicht. Was zum. Diese Pflanzen und diese komischen Spuren oder so. Ach komm. Es war doch. Hm. Oh. Hi, Bolli. Also wir sollten nicht lange in der Nähe von den Dingen bleiben. So wie es aussieht. Wie. Da war gerade irgendwas. Hi, Bolli. Hi, Bolli. Sehr gut. Mhm. Haben sie irgendeine. Wie, ja. Okay. Oder ist ein Seil. Äh, war wir mal? Was macht er? Achtung! Ähm... Kommen wir... Ähm... Warum nicht? Wollen wir dich mit dem Ding nicht wieder hochziehen? Ähm... Wobei... Ja, wir könnten... Ja, wenn die Felsen nicht direkt unter uns wären, dann... Vielleicht könnten wir es schaffen... Ich denke, wir müssen daher weiter hoch... Springen. Probable... Not. Oh, was so? Eben, wissen wir nicht. Ähm... Danke für die ganzen Fotos. Ja! Und er festhalten. Ja, aber zumindestens abbremsen. Also, lass uns jetzt was suchen. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Ähm... Sag mal... Drei Meter? Drei Meter forward. Stopp, that's enough. It was two meters after all. The post ready. Okay. Wir probieren's. Yes. Au. Tja, aber wir... Komm... Ach, sie hat das Ding... Ähm... Ich hab'n Talent-Bugs zu finden. Was war das jetzt? Hey, da hat's noch mehr von diesen Strukturen. Da... Hat's... Ganz viel von diesen Strukturen. Okay. 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 Und wir haben die Markierung gefunden. Und ein Tanzbitter. Das war eine sehr merkwürdige Stadt. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he came. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, no. Why are you asking? He tried to open up a connection. Set up a transmitter. No, there's nothing on the comms. But I'll check the record history. Please give me a moment. The height of the entire complex is over a hundred meters. Oh, wie Honigwaben. Ja, stimmt. And all made of this metal. To a significant degree. Is something worth living here? Yes. It would have to be very small. Like... Insects. On the other hand... There's no floor around to support such organisms. Spalt blockiert der Weg. Ich will da mal ganz kurz ein Foto machen. Es sieht einfach geil aus. Okay. Weiter geht's. Oh, da unten geht es auch weiter. Da muss ich jetzt unsere erste Elimbegegnung haben. Abstand. Es gibt ja nur einen Weg. Ich würde jetzt mal hier reingehen. Okay. Ich werde dir die Passage abschneiden. Zwei mehr Stunden. Hä? Das ist alles, Gorski hat mit Oxygen. Am besten. Und am besten? Er hat es einfach geschlossen. No, it all depends on his activity. If I remember correctly... The atmosphere here is breathable. Basically yes. Dr. Crowther however warned that the methane content... I know, I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Äh, hier gibt es noch was zu sorgen. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests, you can't do much. But let's say on first inspection. Mmh... Mmh... Ja. If Metamorphism and other natural factors are to be excluded... There is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... That's believe I don't. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorsky already. No. No point in going back this way. Body! I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Mmh. Oh, is it because of my... flight? It's possible. But please don't worry about it. What matters is that you're fine. Um... Yeah. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I need some directions first. And to bring it to you. No problem. I'm on it. First let's find a place where I can land it. Otherwise you won't be able to help me, Doctor. Yeah. Da. There. I found the right place. Alright then. I'm waiting for instructions. Ähm. Let's see. Was soll man sagen? 5 Meter voraus. Die, die Sonne um 120 Grad nach... ...längs. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Äh. Um weitere 40 Grad, würde ich sagen. Rotate the probe 40 degrees. Nein, das war zu viel. Wollen wir mal 10 Meter voraus. 10 Meter voraus. Äh. 15 Grad nach rechts und dann voraus. 60. 60, schnell. 15. And five meters forward. Das ist schon besser. Two more meters to the right. Okay, zwei Meter voraus. Two meters forward. Land. 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 Ein bisschen mitgenommen, sieht's ja aus. Iiiiia. Sie sind nicht weggegangen, ob was du das meinst. Wobei ich schaue, da ist Metal. Oh, don't be angry. It's not anger. It's a warning sign. I know, I know. You're welcome, Bully. Okay. Der Bully funktioniert wieder. Und... ...muss mal ganz kurz mit Glater ausmachen. Ich glaube, der läuft im Hintergrund noch. Ich bin gleich wieder da. Und schon bin ich wieder da. Sorry für die... ...kleine Unterbrechung. Pando. Werde, was ist Pando? Ah. ...in a dead metal forest. Huh. That does sound bizarre. Though maybe. Doctor. Something has been recorded up for. There are plenty of areas in the transmission ladder. It's hard to say, whether this is a message from Gorski. Aber das mit der toten Gesamtstruktur, finde ich jetzt gar nicht mal so doof von der Theorie. Und er sagt sogar noch Gorski. Come in. No doubt. It's fine. Let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Oh, bugger. No confirmation again. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that's a thicket of bushy pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. All together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information, collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. Hmm. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct, sentient beings. Supposedly they knew about light-astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They send ships. The remains of the remains of those ships have been found ash to a chip blued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay. Moving on. Okay, du må nins mehr infos mal. Well, that's it. What follows is just a humming noise. That's what follows is just a humming noise. So far all it's a one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoid. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. What is this here? Maybe they consider Lyrans to be just a myth. So I wouldn't take it too seriously. Yeah. Well. I think there might be something to it. I can see the relay up close. It looks broken. What is this in the following of the storm? So, Vorsatz? Nee. Nee. Yeah. Zumindest ist etwas darin. So, wir haben hier verlassene Gegenstände. Hallo? Müsst du nichts dazu sagen? Okay. Also es wird mir angezeigt, aber... Es ist wie so... Halt nicht. Ähm... Oh nee, lass uns mal da lang. Oder? Ach nee, wir sind von da gekommen. Lass uns da runter gehen. Das sieht schon geil aus. Okay, alles... Oh, das ist hier alles... Oh, da geht's vielleicht nicht lang. Kann mir nicht vorstellen, dass es hier alles... Wirklich tot ist. Fingerabdrücke. Und Metalldetektor. Ja... Das sieht ein bisschen nach dir gartend hier aus. Okay. Hier geht's irgendwo weiter. Wo geht's hier unten hin? Ii... Oh, da kann ich da durch? Kein Durchgang. Ja gut, Stand. Gehen wir bei der Retour. Hm... Was zum... Ausch! Ii... Okay. Auf die Dinger sollten wir also nicht raufbiegen. Gut. Ähm... Ich gucke es doch jetzt weiter. Da ist Drone. Hier rauf? Nein, nicht hier rauf. Hallo, Bolly. Ah, das ist die andere Seite. Noch mehr Ausrüstung. Ist noch mehr von dem Zeug, es könnte den Anzug beschädigt haben. Auch oben liegt das hier alles. Oh! Mal schauen, ob er auch tut es. Äh... Ja. Rucksack. Da ist er. Ach du Scheiße. Oh, er lebt noch. Gorski! Gorski! Schau an mich! Seine Augen sind geschlossen. Ist er schmerzt? Er ist alive. Aber gar nicht. Hat er überhaupt reagiert? War er überhaupt nicht reagiert? Saturation ist... ...in der höheren Rang. Risiko von Tissuehypoxie. Und die Reaktion? Gorski! Komm schon! Schau an, Doktor. Schau ihn aus. Der Probe ist bereits bei einem Anwendungszentrum. Äh, ja. Wir versuchen es mal, ohne dass wir selber mit abstürzen. Okay. Lass mich nur... Ich... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Er ist weg. Ich habe den SOS geöffnet. Du solltest eine Transmission mit den Parameter sein, Sir. Wie? Nein, nichts. Der Transmitter in der Suche muss zu verbrechen sein. Darf ich den Böster aus dem Backpack entfernen? Kein Punkt. Äh, ist das eine gute Idee, dass der da hier drin landet? Ähm, ja. Ja, ich denke mal, dass es wieder noch aushalten oder schließen wir es jetzt trotzdem an? Die Membräne sieht in-tackt. Was hast du gesagt? Astrogator. Halt auf, Gorski. Ich habe noch etwas geöffnet. Bitte wieder. Es ist nichts, Astrogator. Einiges Static auf der Linie. Uh, er weiß es nicht. Okay, machen wir hier mal zu. Ich hoffe, das hilft. Und im Lander könnten wir die Flasche ja wieder nehmen. So. So meine Theorie fürs Erste. Und damit hätten wir dann alle Crewmitglieder. Glaub ich. Mit einem Toten. Hier willst du landen? Boah, das kann doch nicht gut gehen, oder? Der sieht überhaupt nicht stabil aus. Ähm. Da vorne. Also, schau dir das erst mal an. Das... Kann nicht gut sein. Ich würde das irgendwo anders machen. Das geht doch 100% schief. Was? Was? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alles ist schief. Nein, nein! Guck, bitte, warte. Ich bin auf dem Probe. 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 Gott sei Dank haben wir die gefixt. Aber... Natürlich, jetzt ist das Ghost-Gitter oben. Aber wenigstens... Wir haben keinen Sauerstoff. Astro-Gitter... Ich... Ich... Ich bin auf dem Boden. Es ist schwer zu entscheiden, meine exacten Position. Novik... Du kopierst... Bitte kommen Sie. Ich schreibe eine SOS. Werden Sie? Bitte... Okay. Bleib ruhig. Ja... Bis drühen. Hm, jetzt, dass die Drohne nicht da ist. Ja, dann. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie wieder hochkommen. Was? Was? Ja, am besten rutschen wir da so ein bisschen den Helm nicht kaputt. Das ist aber ein Problem. Sollten wir eigentlich nicht bei... Wir sollten doch auch gehen, wenn es nass ist, oder nicht? Naja. Noch sehen wir halt genug. Komm ja, drüber. Lass das mal mit den Flares. Habe ich... Ich müsste es mal fertig machen lassen. Naja. Wird nix. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Ich muss nicht... 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 Jetzt gib nicht auf. Ich bin ziemlich verletzt. Das ist meine verletzte Opinion. Ich verletzt. Jasna? Hallo? Irgendwie ist Gott... Wer... Ähm... Wer bist... Du? Weil wir uns das einbilden. Vermutlich wegen dem Sauerstoff. Nein, das ist nicht Krauter. Oder wenn wir uns das nicht einbilden, dann... haben wir jetzt gerade einen Alien-Kontakt. Aber warum sollte der Alien dann aussehen wie Krauter? Ja. Nicht so schnell. Ich habe einige Fragen. Nachher, Geisner. Nein. Auf der anderen Seite. Es sollte besser werden. Ja. Ich werde nicht nachher. Ich werde nicht nachher, bis Sie erklären, wie Sie mich gefunden haben. Dann glaube ich, Sie werden sterben. Weil ich nicht mehr Zeit auf die Erklärung. Mhm. Ja, gut. Also, Einbildung oder Alien. Aber die Aliens, oder was auch immer das ist, hat bis uns jetzt immer angegriffen. Er greift uns noch mehr an. Oder... Es ist Teil der Angriffstrategie, dass wir dann so verrückt werden. Hm. Aber ich glaube, es ist eher... Ja, ich denke, es wird der Verstand sein wegen dem Sauerstoff. Hm. Spenden kann ich hier unten auch nicht. Was sagst du? Ähm. Ja. 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 Ich habe vermutlich gewusst, was auf dem Planeten abgeht und dass die Allianz hier auch kommt. Nein, mach das nicht. Jetzt hat es wieder passiert. Liebe Leute, ich bin ganz gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich finde es ja noch spannend, wenn es bei mir passiert. Habt ihr ein Standbild, aber ich sehe das Spielmenü. Naja. Ähm, so. Ich vermute mal. Wow. Ja, so wird. Ja, wir sind so schwach wegen dem Sauerstoff. Und wir bilden uns das ein. Äh. Ja. Okay. Da ist er ja. 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 Ich möchte zu dir gehen. Ja. Was ist da Nick Pusher? Oha. Ja. Ja, aber auch. Und es nippt alle Manifestationen des Lebens in der Blut. Warum dann habe ich es noch nicht noch nie gesehen? Oh, aber ich glaube, du hast es. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier auf dem Planet bleiben sollten. Da ist er wieder. Lass mich raten, ich komme wieder nicht zu dir. Ja. Ich will nicht vergessen, Krauter. Ich wirklich nicht. Allein auf die Antwort könnte es halt auch durch ein Alien sein. Was ist, wenn etwas für mich erwartet? Etwas, das meine Fall hat. Es ist nicht wichtig. Du bleibst hier und verletzt mich. Weg ist er. Das jetzt immer schlimmer wird, je weiter wir machen ohne Sauerstoff. Aber immerhin der Ausgang scheint gefunden. Das war jetzt ein bisschen schräg. Okay, wir sind die Stadt. Und es gibt wieder komische Geräusche. Oh, die sieht auch geil aus hier. Ja. 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 Was zum... Was zum Fick ist das denn? Habe ich gerade unsere Aliens gewunden? Habe ich da jetzt rein? Äh... Was? Ich erkenne es wieder? Oh... Okay, doch. Ja, ich dachte, wir haben noch 13 Tage. Okay. Oh. Ach du! Was? Ähm... 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 Wie? Wie... Haben wir das jetzt überlebt? Äh... Okay... Also ist das jetzt erschossen und die... Das Zeug ist jetzt auf ihn eingebrochen? Okay... Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen weiter der nächsten Episode. Ich weiß nicht schlimm, grad wenn es spannend wird, einen Cut zu machen. Aber... Mal schauen, wie es weitergeht. Tschüss. Jetzt kommt langsam die Action hier ins Spiel. Also bis dann. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.